Leute, by the way, bitte seid nicht zu hart zu mir, das ist mein allererstes gecuttetes Video, also wird das jetzt auch nicht so krass gut sein. Also jetzt viel Spaß mit dem scheiß Fortnite. Okay, Junge, danke man für die Pfeife, Digga. Danke. Ja, ihr habt jetzt schon gehört, ich werde so lange Fortnite spielen, bis ich einen epicen Sieg in dieser Folge habe. Ähm, who's who's, nur eine Stunde, und jetzt würde ich sagen, let's go ins Gameplay, meine lieben Freunde. Was geht? Äh, ich wurde gerade gezwungen, Alter, diese Folge aufzunehmen von der Pfeife, Digga. Okay, äh, nee, äh, ja, wie macht man das jetzt? Das ist mein erstes gecuttetes Video, also, let's go, Alter, nee, das war falsch. Wir machen das jetzt so lange, bis ich einen epischen Sieg habe, meine lieben Freunde. Ja, oh, Diggi. Ja, guck mal, ich lande, knallen, wo soll ich landen? Ja, gut, ich lande einfach mal hier, würde ich sagen, meine lieben Freunde. Ähm, ja. Huh, huh, was? What the fuck? Oh. Hä? Digga. Theoretisch müsste ich das jetzt bekommen haben, oder? Also, jetzt ist Schluss. Ja, gut. So. Gucken wir mal, gar nicht gediegen rein, meine lieben Freunde. Zack. So, weil ich habe ja in der letzten Folge... Äh, äh. Ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass ich so lange spielen werde, bis ich einen epischen Sieg habe. Äh, und das machen wir heute einfach. Ich werde so lange spielen, bis ich einen epischen Sieg habe, meine lieben Freunde. Mal gucken, ob es krass ist, oder ob es nass ist, oder ob ich mit 500 Stunden sitzen werde. Äh, keine Ahnung, Digga. Ich weiß wirklich nicht. Aber, äh, schaut euch einfach mal den ersten Fortnite-Part an. Nämlich habe ich da übel rasiert. Und wenn ich sage rasiert, dann meine ich auch rasiert. Ey, werken Sie, Leute, das war so krass. Und ich habe mir jetzt auch ein bisschen mehr die Steuerung angeguckt. Habe, glaube ich, jetzt 20 Mal eine Runde gespielt. Na klar. Ja, und man sieht, ich, Digga, ich bin Burfi, Digga. Ich bin Burfi. So, mach mal kaputt. Äh. Ja. Ja. Ich werde jetzt hier einfach ein bisschen gucken. Leute, weil ich die Folge natürlich vorproduziere, habe ich noch nicht geschrieben, was ihr in die Kommentare geschrieben habt. Da habe ich noch nicht geschrieben, was ihr in die Kommentare geschrieben habt. Alles klar, mein Lieben. Nein. Ich habe noch nicht gesehen, was ihr in die Kommentare geschrieben habt. Ob ihr das feiert oder nicht. Oder ob das überhaupt gut ankam. Keine Ahnung, Digga. Deswegen. Aber ich habe jetzt einfach mal wieder Bock gehabt auf eine ganz gediebte Runde Fortnite. Und ich weiß wieder nicht, wie man das macht. Wie macht man das? Lol. Lol. Okay. Dann guckt man. Okay, dann gucken wir einfach jetzt mal ein bisschen. Äh. Ähm. Ja. Wo hier die Gegners sind. Die Gegners. Ja, wir gucken einfach mal. Hier zum Beispiel ist ein Gegner. Und jetzt einfach mal eingeblendet. Mucke, bitte. Bitte, Mucke, weil hier ist ein Gegner. Danke dafür. So, jetzt werde ich mich noch sehen. Wo ist halt in den Plänen? Mucke. Mucke. Alter, was ist denn das? Mucke. Ah, hier hinten, Diggi. Dahinten. Ja, okay. Geh mal halt dahinten. Leute, ich hab mir noch nicht die Bälle passen geholt, einfach weil ich es gerade noch nicht gesehen habe, warum ich jetzt was machen wollte. Oh mein Gott, ich hab die Rübe geläbt. Was soll denn der Scheiß? Warum lebt ich denn jetzt schon? Ich hab eigentlich relativ gutes WLAN, aber warum ich jetzt so geläbt hatte ich ja, weil ich noch... Hä? Das ist ziemlich verarschend! No! Okay, 1 auf easy. 1 auf ganz easy. Nein, ich muss aufhören so krass zu rasieren. Oder was ich will so krass zu rasieren. Nein, ich hab alles kaputt. Es ist halt einfach gerade, weil ich es lag. Ich drücke und ich hatte erst so 2 Sekunden eingehalte Frustregeln. Das ist ja übelräurig. Das ist ja übel, ich will nämlich null bauen. Nein! Oh, ich hab immer noch nicht mit der Steuerung hier. Okay, ganz gewissener Scheiß. Musik kann auch wieder aufhören. Oder Musik hat mittlerweile aufgehört. Weiß ich nicht. Muss ich dann mal einen Schnitt gucken, wie ich es mache. Ah! Ich höre hier doch Schüsse, Digi! Also gerade nicht, aber... Hier seht ihr, ich hab diese Kiste aufgemacht und es kommt gar nichts raus. Gar nichts. Gar nichts. Wo kommt... Äh, wo kriegt man eigentlich einen Sniper her? Weil, ähm, wie wir in der letzten Folge gesehen haben, bin ich anscheinend ein ziemlicher Snipergott. Ist das? Keine Ahnung. Ich bin ein sehr krasser Snipergott. Wenn ihr die, äh, die Playstation rauschen hört... Es ist die Playstation. Was? Wenn ihr die Playstation rauchen... Rauchen... Wenn ihr die Playstation rauchen hört! Was? Sniper! Snipergott, Digi! Sniper, Sniper! Ich liebe es! Sniper ist geil! Helikopter Heli! Nee, was ist das? Nisseblein! Digi! Wen will ich die fassen? Hier sieht man, dass der Snipergott ist. Ein Sniper! Let's go! Haha! Ich liebe mein Leben! Es ist ja das Tollste aller Zeiten! Jawoll! Easy Game! Auf ganz entspannt, würde ich mal sagen. Auf ganz, ganz entspannter Basis. Warum leuchtet das hier so? Ich weiß nicht, warum das hier so leuchtet. Okay, was? Was? Wo? Ich nehme mal hier... Nein, ich nehme mal die. Nee, ist genau dasselbe, Digga. Ist genau dieselbe! Ist ja mega beschissen, Alter! Okay. Dann gucken wir einfach mal, würde ich sagen, ne? Ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal. Äh... Nee, ich bleib bei meiner Pumpgun, finde ich gut. Oh! Noch mal so eine legendäre Truhe. Läuft. Ich geh auf die anderen Seite raus. Äh... Keine Ahnung, was das ist. Oh! Pumpgun? Nee. Okay. Okay, dann... Keine Ahnung. Nee, ich mag diese Dings nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Und ich mag sie auch deswegen nicht. Nee. Hä? Hä? Wo ist die Truhe? Hä? Ah, hier. Da! Da ist sie doch! Da ist sie doch! Da ist sie doch! Gut, 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 gut. Nein! Du, ich bleib dabei. Hey Digga, was ist das? Ja, okay, gut. Sehr, sehr, sehr gediegen. Ganz gechillt, meine lieben Freunde. Ganz gechillte Basis, ja? Ganz, ganz gechillt. Gut. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Finde ich sogar sehr, sehr gut. Munitionskiste. Ganz gediegene Hase. Ah! Lol! Hä? Okay. Was ist das? Ach, dann kriegt man dann diese Waffe raus. Lol! Lol! Was? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Und das gibt mir wieder ganz gelegene Weils. Äh, wo geht's raus? Da! Oh! Es wird wieder ge... Scheiße! Let's go, meine Lieben! Wo ist er? Ich muss hier die Snipern. Weil ich bin Snipergott. Ich bin der Snipergott! Wo ist er? Hier? Ich höre doch hier Schüsse, Junge! Wo ist er? Wo ist er? Bist du mit dem Flaxen, Dinger? Hä? Ich höre doch die Schüsse! Hä? Oder ist er da drin? Das kann natürlich auch sein, dass er da drin ist. Guck mal einfach mal nach. Obwohl, nee, 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 nee. Ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Weil, was ist... Nee. Was ist, wenn ich jetzt sterbe? Ich versuche ja wirklich jetzt einen Sieg zu holen, Digger. Ich versuche jetzt wirklich einen Sieg zu holen. Oh, wie das so eine Tafel? Gut. Gut, 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 gut. Da ist er noch. Da ist jemand. Egal. Scheiß doch drauf! Ich habe Angst! Ich will... Ich will halt wirklich nicht sterben, ne? Ich will das jetzt wirklich auch schaffen. Diese Challenge-Eck. Nein! Auge des Sturms, Digger! So nah ist er schon! Ich habe eine ganze Zeit nicht auf die Karte geguckt. Mann, Kackbaum! Ich habe die... Nein! Nicht gut. Nicht gut, mein Lieber. Wo ist der? Scheiße drauf. Einfach rennen. Immer wenn ich nach hinten gucke, schießt der. What an asshole! Okay, keine Ahnung. Ist halt gerade... Ist das wie bei Dead by Daylight, wo man nicht rennen darf, dass der Killer die sieht? Oder ist das ein komplett anderer? Mann, ich rühre die Gegner. Ich sehe sie aber nicht. Ich verstehe sie nicht. Ich höre sie. Ich sehe sie nicht. Ich höre sie. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr voll heilen. Da, da, da. Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Das ist natürlich ganz gewinnig. Ich sehe die Gegner nicht. Das macht mir Angst. Lass sie nicht raus. Da. Sniper. Gut! Le Haut不好... ...los地方. ich hab gar nicht geschossen, der hat geschossen, Digga, ich schieße ja automatisch ok, ich hab 4 kills, 4, 4, 4, 4, 4, ok, ne bessere, aha, 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 renn, renn, nein, die sind gut, überhaupt nicht gut, ja, ist gar nicht gut, bitte, ey, wenn ich jetzt wegen den Sturm sterbe, finde ich das ziemlich unfair, hi, was geht, ich glaube, ich bin trotzdem schneller als der, wenn ich am langen bin, bin ich dazu bestimmt gekriegt, Diggi, Diggi, nein, nein, wo ist er, keine Ahnung, egal, erst mal hoch, erst mal hoch, scheiß doch drauf, wo er ist, scheiß doch drauf, nein, bitte, bitte nicht, okay, er versucht mich safe nochmal anzugreifen, Mann, Sprinte, du ekelhaftes Vieh, Digga, ey, diese Runden sind so aufregend, Digga, wie kann man so aufregend sein, ist ja schlimm, so, okay, okay, wo ist er, wo ist er, ah, verdammt, ich versuche erst mal in den Sturm wieder zu kommen, das ist, glaube ich, das Beste, was man gerade machen kann, in Sturben zu gehen, okay, Feuer, mach mal, mach mal, mach mal, mach mal, dann wird ich wieder voll, äh, okay, hat sich überhaupt nicht gelohnt, ich habe jetzt genauso viele Leben, wie dort auch, nur wenn ich einen HP plus habe, und er ist gestorben, hässlern, Digga, ah, wie kann man so schlecht sein, okay, nur nach 17 Leben, nur nach 17 Leben, ich gehe, glaube ich, erst mal hier zum Loot-Ding, weil ich halt brauche, oh, Steps, 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 oh, das ist nicht gut, okay, er ist ziemlich cool, aber ich auch, mein Aim ist komplett woanders, so easy, mein Aim war gerade komplett woanders, hey, I got him here, ne, ich mach das mal nicht, das ist sinnfrei, okay, wieder hier runter, Mensch, weil hier geht's lang, ne, da geht's lang, ich bin dämlich, okay, hier sind wir ein bisschen schneller im Wasser, das ist gut, das ist sehr, 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 sehr gut, ähm, Moin, Steak, Alter, nur die Deutschen wissen, was ich jetzt meine, wegen Steak, Hand, 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 Spaß, ich glaube, ich möchte mich jetzt ein bisschen hier einnennen, Fight, 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 Digga, Fight meine ich, natürlich, so, wir haben hier 200 Leben, weil wir haben hier noch die 50 Leben extra, ob das jetzt gut ist oder nicht, weiß ich jetzt gar nicht, oh, hier ist einer, der ist ziemlich dumm, ey, was ist mit, was ist mit mir los, Digga, ich leid, oh Gott, ist man überhaupt nicht, äh, da, Alter, was ist denn los, ich glaube, das macht jetzt weniger Sinn, okay, ich habe 5 Kills, oh, was ist mit mir los, ja, oh, Alter, nicht gut, überhaupt nicht gut, nein, 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 jetzt habe ich Angst, jetzt habe ich Angst, dass dieser Arsch kommt, da ist nämlich einer auf dem Baum, überhaupt nicht gut, würde ich sagen, überhaupt nicht gut, gar nicht gut, so, wir nehmen den Loot mit und dann verpisse ich mich wieder, obwohl, gib mir mal den Pilz, ob das jetzt so gut ist, den Pilz gegen den Pumpkin einzutauschen, keine Ahnung, Digga, okay, nee, nee, okay, okay, keine Ahnung, magischer Ort, also gefällt mir sehr, ich habe Angst, okay, nur noch 7, äh, 6 Spieler leben noch, gut, mitnehmen, mitnehmen, jede Munition ist wichtig, sehr, sehr wichtig, sogar, sehr, sehr wichtig, 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 Digga, so, hoch, okay, hier hoch, ganz, ganz, ganz gediegen, meine lieben Freunde, das schmeckt, nein, wieder diese Kackzone, ey, übrigens, diese Zone ist sowas von am Arsch, Alter, die nervt, so, okay, das ist ziemlich dumm, dass ich, dass ich jetzt einfach ohne Deckung, ohne Deckung rumlaufe, okay, aber er ist auch nicht dumm, hey, oh, nein, ich sehe jetzt schon, der ist sehr gut, nein, hä, von, von wo, okay, weg, 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 wenn ich wegrenne, ist gerade echt meine beste Chance, die Überlebende, ich hätte ihn gar nicht angreifen sollen, das ist so dumm, was ich getan habe, wirklich, ich will ja mich kehlen, nur wegen Erfahrung, lass mich doch in Ruhe, Junge, ich habe über lange kein Fortnite mitgespielt, jetzt lass mich, Idiot, ey, jetzt gibt es auch noch Wölfe, verarscht mich nicht, jetzt wird wieder geschossen, es gibt nicht eine Runde, wo einfach mal ruhig ist, so, jetzt bin ich aber wieder Full Heal, Digga, das ist doch gut, Full Heal, das schmeckt, Kack, Wölfe, Alter, seit wann gibt es überhaupt in Fortnite Wölfe, es macht keinen Sinn, nein, woher, Digga, woher sollte ich das wissen, woher, dass hier so ein Kackloch ist, oh, ich habe Tränen im Auge, woher, wie dämlich ist das, Alter, woher, woher sollte ich das wissen, ich habe Tränen, ich habe Tränen im Auge, nur noch fünf Leute leben, es ist in dieser gesamten Zeit nur einer bisher gestorben und ich habe wieder angeschossen, ist das nicht, toll, der tolle Wurst, komm, er ist so dumm, er ist ja so dumm, oh mein Gott, aber ich auch, so dumm bin ich, das ist ja scheiße, soll ich runtergehen und mit dem Surftraum gehen, ich weiß es nicht, würde das Sinn machen, ich weiß es halt wirklich krass, na, es würde es ihm schon lohnen, Digga, ah, keine Ahnung, ich würde es nicht aber los, aber ich mache es jetzt einfach nicht, weil ich Gott bin, Halt, oh, er sieht sehr krass aus, er sieht sehr, sehr gut aus, nein, oder er hat Panik, er hat Panik, nicht zu sterben, das kann natürlich auch sein, was hat er da, irgendwas Goldenes, ich sammle es einfach aus, Angst, 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 aber nicht, wo man sich löschen muss, nur noch zwei Leute leben, okay, es könnte der Sieg sein, in der ersten Runde, in der ersten Runde, Digga, das könnte es sein, aber noch nie so voreinig, noch nie so voreinig, ich weiß nicht, ob wir sind Kämpfer, ich weiß nicht, oh, asozial geil, auch wenn ich diese Waffe natürlich am meisten fühle, ne, ich bleib bei dir, ist mir scheißegal, ich bleib bei dir, ich kann da am meisten nie umgehen, wenn ich sie ein Gold gibt oder ein Mütisch, Digga, dann nehme ich die, ansonsten nicht, Digga, verpiss dich, scheiße, ich hab Angst, ich muss gewinnen, ich muss gewinnen, los, Digga, ich muss gewinnen, ich geht nicht anders, ich muss gewinnen, okay, okay, mal ganz getrillt, hier ist einer, bei mir ist einfach einer, nein, ich glaube, ich kann ihn austricksen, ich gehe einfach gut, ich gehe einfach gut, ganz getrillt, mein Liebster, der ist irgendwo, irgendwo ist er, irgendwo ist er, irgendwo ist er, irgendwo ist er, irgendwo beim Wolf, oh, oh, ich weiß, wo ist er, in der hier ist er, irgendwo ist er irgendwo, irgendjemand zu gewinnen, weg, 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 ALTER! Warum kann der mich denn so lasern auf einmal? Digga, WTF, nein, bitte nicht, nein, 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 warum, 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 kann der eigentlich lasern? Scheiße, nein. Geh weg! Überhaupt nicht, ganz gut dran, ganz gut dran. Nein, scheiße. Weg, 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 weg. Ich muss das Risiko eingehen. Risiko, Risiko, Risiko. Ich kann mich nicht, ich kann nur Slurp-Trank nehmen und mehr nicht. Setup kommt. Er kommt und er will mich tot sehen. Er will verdammt einfach tot sein. Doch, komm, ich nehme. Scheiß drauf. Ich nehme. Ich hab Angst. Ich hab sehr Angst. Ich hab sogar sehr, sehr dolle Angst. Komm her. Aber er ist in Deckung. Das ist halt das Problem. Das ist halt echt gerade das verdammte Problem, dass er in Deckung ist. Ich hab Angst. Aber er ist, er ist wohl. Er kann nicht. Nein, er springt zu ekelig. Er springt, das ist so ein Springer. Nein! Nein! Ja, was wir machen? Zweiter. Zweiter Platz, Digga. Na egal. Das nächste Mal wird besser. Das war halt so ein Kack-Springer, Digga. Was willst du machen, ne? Egal. Tschüss, Leute. Na klar. Leben gar, du Levio. Schade. Leute, es hätte wirklich was werden können. Ansonsten, Leute. Tschüss. Outro. Das nächste Mal, ne? Das nächste. Das nächste Mal, ne? Schade, Alter. Ciao. Do. Das nächste Mal. Macht Pastor. Vielen Dank.